Boah, spielt der mit viel Gefühl? Wie macht der das bloß? Ist halt Musiker, der hat's drauf. Ist das so? Oder gibt es ganz klare Überschritte, die jeder Profi kennt und die auch dich dahin führen können? Ja, die gibt es. Und die haben erst einmal gar nichts mit Gefühl zu tun. Am Beispiel der Etüde Nummer 21 von Franz Wilhelm Ferling zeige ich dir drei Schritte, die dir ermöglichen, mitreißend Saxophon zu spielen. Die gelten nicht nur für dieses Stück, sondern für jede Art von Musik. Und dann habe ich noch einen Tipp für dich, wie du anspruchsvolle Stellen mit Leichtigkeit meistern kannst. Wir legen direkt los. Und zwar ganz ohne Gefühl und ohne Instrument. Der erste Schritt ist die Analyse. Du schaust erst einmal ganz genau in die Noten, um eine klare Vorstellung zu bekommen, was dich erwartet. Das ist die Strukturanalyse. Und hier bietet die Etüde sofort eine Überraschung. Denn bei den Ferling-Etüden mit ungerader Nummer, da kannst du eigentlich eine langsame Etüde erwarten. Doch zu Beginn siehst du hier Tonleiterläufe, die bestimmt nicht langsam gespielt werden wollen. Sie wiederholen sich am Schluss. Ich würde die Wiederholung hier nicht als Reprise bezeichnen, sondern direkt als Coda, als Schluss. Intro und Coda rahmen den Mittelteil ein. Der Mittelteil besteht aus acht Takten, die sich wiederholen. Vier Takte im Piano, vier Takte im Forte. Doch halt, auch hier gibt es wieder eine Überraschung. Die Wiederholung besteht nur aus sieben Takte. Die Forte-Phrase sind nur drei Takte. Die Phrase bricht also plötzlich ab. Und dann kommen noch einmal vier Takte, quasi die Reprise des Mittelteils. Denn es ist eine wörtliche Wiederholung des Einstiegs in den Mittelteilen. Das bedeutet, von Takt 23 auf Takt 24, da gibt es einen krassen Übergang. Das ist sicherlich die größte musikalische Herausforderung des Stückes und auch eine große Herausforderung an deine Luftführung. Denn die letzte Triolen-Achtel in Takt 23, die ist noch im Forte. Die Eins von Takt 24, die halbe Note, die ist im Piano. Mein Tipp dazu, ich spiele die letzten beiden Triolen-Achtel besonders schwer. Als ob ich mich ganz stark in die Kurve lege, um dann die halbe Note mit warmer Luft weich und stabil im Piano spielen zu können. Dazu habe ich übrigens einen Saxophon-Tipp auf meinem YouTube-Kanal. Spiele Piano mit warmer Luft und Forte mit kalter Luft. Die Strömungsgeschwindigkeit ändert sich, aber der Luftdruck kann so stabil bleiben. Wie gesagt, es ist eine besonders anspruchsvolle Stelle. Ähnliches gilt übrigens auch für Takt 19. Hier bist du im Piano und der Lauf wiederholt sich dann noch einmal im Pianissimo. Was passiert hier musikalisch? Es ist das Ende einer Phrase. Es soll also ganz zart sein und klanglich darf es aber nicht verschwinden. Der Luftdruck muss auch hier stabil bleiben. Wie löst du so etwas nachhaltig? Und damit kommen wir zu Schritt 2, dem Charakter. Wenn du für das Pianissimo eine klare Charaktervorstellung hast, dann wirst du es spielen können. Und zwar immer und immer wieder mit demselben Ausdruck. Wenn du nur denkst, ich muss hier super leise spielen, dann wird es verkrampft. Dann wirst du den Ton vielleicht sogar wegquetschen. Ich empfinde diese Stelle als frech, als witzig. Warum das? Dazu später mehr, wenn wir zu Schritt 3 kommen. Jetzt bleiben wir erst einmal bei dem Charakter, den ich für einzelne Stellen empfinde. Wohlgemerkt empfinde und nicht fühle. Denn das Wort Gefühl, das ist mit so vielen unterschiedlichen Bedeutungen belegt. Was meinst du, wenn du davon sprichst, du spielst nach deinem Gefühl? Meinst du dann, dass du dich instinktiv leiten lässt von dem, was dir gerade in den Sinn kommt? Oder meinst du eine klare Empfindung, die du auch benennen kannst? Bei Letzterem, da bist du schon sehr nahe dran an dem, was ich meine, wenn ich von Charakter rede. Doch Charakter ist für mich mehr eine Eigenschaft als ein Gefühl. Lass also auch hier dein Gefühl aus dem Spiel. Die Etüde ist mit der Spielanweisung Majestoso überschrieben, majestätisch. Das ist zum einen eine Tempoangabe, zum anderen eine Spielanweisung, die einen bestimmten Charakter vorgibt. Woran denkst du, wenn du an majestätisch denkst? Also für mich ist das eher ein ruhigeres Tempo, ein Schreiten. Doch hier, hier haben wir ein frisches Intro, ein fast wildes, wenn du an die Sechzehntelläufe denkst. Und auch im Mittelteil, da haben wir wilde Rhythmuswechsel von Achtel zu Triolen zu Sechzehntel. Da wird einem fast schwindelig. Der Mittelteil ist übrigens ein Walzer. Wie komme ich da drauf? Indem ich den halben Puls spüre. Da haben wir den weichen und schwingenden Einstieg in den Mittelteil. Und auch das majestätische Schreiten. Jetzt kommt mir allmählich ein Bild zu dem Stück, eine Spielidee. Und das ist der dritte Schritt. Die Entwicklung einer Spielidee, eines Bildes. Warum ist das wichtig? So ergibt sich ein roter Faden durch das Stück, um eine Geschichte erzählen zu können. Erst dann kann dir dein Publikum folgen und dein Spiel als überzeugend empfinden. Dann erst machen die einzelnen Charaktere, die du durch die Parameter Tonhöhe, Rhythmus, Puls, Artikulation, Dynamik und Tempo bestimmt hast, einen Sinn. Jetzt stehen die Charaktere in einem Zusammenhang und du kannst sie näher definieren und differenzieren. Aus fröhlich für eine Durtonart wird bei diesem Intro frisch. Vielleicht bedeutet es für dich eher heiter und das ist dann eine etwas andere Nuance für das Wort fröhlich. Du wirst also deine eigene Spielidee, dein eigenes Bild zu dem Stück entwickeln und auch deine eigene Geschichte erzählen. Intro und Coda sind in meinem Bild wie ein Vorhang, der sich vor einer Theaterszene öffnet und dann wieder schließt. Der Marsch steht für mich eher für das Fortschreiten der Handlung. Ich spiele die Etüde mit dem Sopransaxophon, denn das steht für mich für die Fanfaren, die einen König oder einen römischen Imperator ankündigen. Als zentrale Charaktereigenschaft empfinde ich die Etüde ausufernd, saftig. Dafür stehen die wilden Rhythmuswechsel, die Synkopen, die Dynamiksprünge. Ich nenne die Etüde meine Asterix-Etüde. Ich sehe hier einen römischen Senator, der ein saftiges Festbankett ausufernd mit seinen Gästen feiert. So wie es eben in einem Asterix-Band dargestellt wird. Er liegt auf einer Chaiselon, genießt seinen Wein und die Trauben, er wankt durch den großen Saal, er schimpft, er schmeichelt, alles was halt so dazugehört. Das Entscheidende ist weniger das Bild an sich, sondern dass du überhaupt eines hast. Durch mein persönliches Bild habe ich immer wieder aufs Neue Lust, die Etüde zu spielen, Neues zu entdecken und spontan auszuprobieren. Das fühlt sich frei an. Dabei kann ich die Charaktere übertreiben, weil mir völlig klar ist, in welchem Zusammenhang sie stehen. So passen sie auch immer ins große Ganze. Für das große Ganze brauchst du nicht einmal alle Töne. Und das ist mein Tipp, wie du anspruchsvolle Stellen mit Leichtigkeit meistern kannst. Finde die Haupttöne, die für das Verständnis der Musik ausreichend sind und spiele nur sie. Die restlichen Töne kannst du alle weglassen. Das nenne ich Reduktion. Höre dir das einmal an. Ich versuche mit den Haupttönen den Charakter des Marsches schwingend und majestätisch darzustellen. Und dann ergänze ich den Auftakt. Und schließlich nach und nach die Triolen. So übst du im Flow. Du bleibst im Charakter und die technischen Herausforderungen gelingen dir leichter. Du wirst merken, dass du deine Geschichte mit viel weniger Tönen erzählen kannst. Dadurch wird dein Ausdruck präziser und überzeugender. Probiere es aus. Und was ist jetzt mit deinem Gefühl? Zuerst haben wir es Charaktereigenschaft genannt. Dann Spielidee, um eine Geschichte zu erzählen. Ins Üben bist du ohne Instrument in die Analyse eingestiegen. Und dann hast du versucht, die Noten auf das Wesentliche zu reduzieren. Wo bleibt da das Gefühl? Ersetze das Wort Gefühl durch Ausdruck. Dann machen die Strukturanalyse, die Reduktion, der Charakter, die Spielidee plötzlich Sinn. So kannst du dein Publikum überzeugen und begeistern. Du kannst die Noten zu diesem Stück bekommen. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Melde dich dort zu meinem Newsletter an und du kannst dir direkt die Noten downloaden. Höre nun die Etüde Nummer 21 in A-Dur von Franz Wilhelm Ferling als Ganzes. Januhen Ferling als Ganzes. Musik Musik Ich freue mich, wenn ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte. Es ist mein Anliegen, dass du mit Leichtigkeit dein Saxophon spielen kannst und dass dein Lieblingsstück wirklich lebendig klingt. Bis zum nächsten Mal auf dem Kanal der Saxophonschule Christoph Kirschke.